Hallo lieber Fußballfreundi Hallo lieber Fußballfreundi Und ein paar andere Mein Kanals Ich wollte euch nur sagen Was genau ich mache von Fußballfreundi Keine Info Ich bin nur runter Um nur Fußball zu tun Und Klar Jeder hat andere Meinungen Das würde ich auch nicht abschreiten Das würde ich nicht Aber Kann ich euch sagen Politik Nicht mein Kanal Ich will ein Mensch sein Ich bin Fußballfan Und es hängt auch keine Politik rein Fußball ist immer A und O Für mich wichtig von Leben Und Essen und Trinken Und Tod Aber spielt keine Rolle Ich finde Ich finde Von Sport Gerell Noch keine Politik rein Egal Das ist Gleich Rede ich meine Meinungen Aber vom Thema von Fußball 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 Oder teilweise auch Berlin Tag und Nacht Werde ich noch machen Aber wann weiß ich noch nicht Es dauert So lustige Charakter geben Von Berlin Tag und Nacht Entschuldigung Entschuldigung Hinnepalz Ist nun Angst Von meinen Meinungen Das soll bleiben Von Fußball Das heißt Von mir heißen Fußball Fußball Und ein paar andere Dinge Aber keine Politik Und Meine Kanäle Freie Nachtzone Und Viele Meinungen Reden Und Schreiben Aber Wenn Wenn Das Politik Kommt Schreibe ich Nicht mehr zurück Klar Andere Meinungen Und Ja Ich will ich auch Aber Da heißen gar nicht Ich mag Kanal Ich Das mache Nee Mach ich aber nicht Nicht Geben alle YouTuber Das So machen Aber Das mache ich nicht Und Diese Hass Kommentare Naja Hass Das War nur eine Frage Ist das ich mache Nein Mach ich nicht Von Politik Na gut Vorschläge Kann ich gerne auch machen Von Meinungen Aber keine Politik Bitte Klar ich habe Reichweite über 500 Oder Noch mehr 555 Abonnenten Ich habe Ich will nicht Knast reinkommen Ich Falsch Ich Ich Falsch Ich rede Falsch Ich meine Meinung Ich sage Von Mich Ist extrem Schwierig Und Ich Wollte euch nur sagen Ich Mache Hinefalls Start F werde ich weiterhin vorlesen Aber Vom Datum werde ich sortieren Thema SV Elversberg Ich habe einmal Trikot Aufstieg Trikot von Elversberg Ich habe eine Nummer von Coffee Von Elversberg Spieler Und Ich habe ich auch noch Von Spieler Von SV Elversberg Von 2. Liga Name Paul Stock Ich habe ich noch Ein Trikot von Paul Stock Heißt nicht TV Standbach Das werde ich auch noch aufnehmen Das werde ich auch noch aufnehmen Meist 05 werde ich auch aufnehmen Ich habe ich davon auch Trikots habe Und FC Barcelona werde ich auch noch aufnehmen Was Trikots ich habe Elversberg Trikot habe ich Ui und Berlin Trikot habe ich Jetzt gerade ein Neukredit kommt Und werde ich auch das aufnehmen Champions League Trikot ist das genau von Ui und Berlin Meist 05 Trikot habe ich und werde ich aufnehmen FC Barcelona werde ich aufnehmen FC Barcelona werde ich aufnehmen Und Darmstadt Trikot habe ich Ich werde ich auch aufnehmen Darmstadt Und von SFC Köln Werde ich auch aufnehmen Ich das Trikots habe Und Kasslautern Tut ich auch Ist schon schwierig So ist es nicht Ja Da habe ich Sehr viel zu tun Und Sachen Aufnehmen Und Euch Wieder glücklich bringen Ich hoffe Vermute ich mal Ich kann gerne Euch auch Video machen über mich Eure Meinungen von Fußballfreunde Mh Ja Hindefalls Machen mich glücklich Und Und Vaisonende habe ich schon schon mal gemacht ein Video Tausende Abonnenten ich kriege Und Ende Vaison von Fußball Mh Ich sage Euch mal viel Spaß für diese Video und Auf Wiedersehen und Auf Wiedersehen